Die Sonne scheint und ich hoffe, die Mucke von Radio Wesens genau die, die ihr hören wollt. Bremerhaven begrüßt all seine Gäste zum 583. internationalen Klimarettungsgipfel, wo führende Politiker und Wissenschaftler tagen. Wir schalten uns live dazu und übertragen aus dem Klimahaus die Pressekonferenz der Kanzlerin. Ich bedanke mich. Nach langen Ringen ist es uns gelungen, ein Papier auf den Weg zu bringen. Ja, das tue ich auch. Jeder Morgen, wenn ich auf Scheiß aufstehe, muss jemand hier auf den Weg kommen. Die Sonne scheint und wie Sie sehen, das Klima ist prima. Darum war diese Konferenz ein Erfolg und ein Schritt in die richtige Richtung. Ich bedanke mich. Ich bedanke mich. Ich bedanke mich. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.